Mein Großvater hat mich in den allerjüngsten Jahren mit zur Jagd mitgenommen. Ich habe mich dann relativ schnell entschieden, den Jagdschein zu machen. Damals war ich 16, habe dann wirklich auch mit 18 meine Prüfung abgelegt und bin seitdem hier im Revier Neustetten unterwegs und übernehme die Verantwortung als ehrenamtlicher Jäger. Hubert Bodechtels Jagdrevier ist 362 Hektar groß und schon seit über 60 Jahren in Familienhand. Das Sika-Wild dagegen ist erst vor ein paar Wochen aufgetaucht. Keiner weiß, wo es herkommt. Wahrscheinlich sind die Tiere aus einem Wildgehege ausgebrochen. Jetzt sind sie zum Abschluss freigegeben. Sika-Wild ist eine Art, die sehr große Schäden im Wald verursacht. Also Schälschäden an den Bäumen, beziehungsweise auch dann Essungsschäden. Und es vermischt sich auch mit eventuell vorhandenem Rotwild-Vorkommen. Das heißt, hier wird es eine genetische Veränderung geben, wobei sich die Nachkommen dann aber nicht weiter vermehren können. Also deswegen will man das Sika-Wild eigentlich bei uns in Bayern nur in den Gebieten haben, wo es eigentlich heimisch ist. Und das ist bei uns hier in Franken nicht der Fall. Seine zwei Hunde begleiten den 51-Jährigen beim Revierrundgang mit Spurensuche. Das Rehwild hat seit dem 15.01. Schonzeit, darf also nicht mehr geschossen werden. Ein großes Thema ist jetzt die Bejagung von Schwarzwild, also Wildschweinen. Das Wildschwein macht also doch sehr starke Schäden an landwirtschaftlichen Flächen, insbesondere im Grünland. Und was für uns wirklich eine drohende Gefahr ist, ist die ASP, die Afrikanische Schweinepest, die jetzt von Osteuropa immer näher, ja auch zu uns nach Bayern kommt, mittlerweile schon nach Deutschland eingewandert ist. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Aufgabe von uns Jägern, dass wir das Schwarzwild kurz halten, die Population möglichst niedrig, dass wir verhindern, dass die afrikanische Schweinepest hier bei uns wütet und vor allem dann in die landwirtschaftlichen Ställe reinkommen würde. Doch zur Jagd gehört laut Hubert Bodechtl viel mehr als nur Schießen. Umweltbildung und Biotoppflege zum Beispiel. Jäger tragen seiner Meinung nach auch zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Gerade in solchen sensiblen Biotopen, wo noch doch relativ seltene Vogelarten vorkommen und gerade Bodenbrüder, ist unsere Aufgabe als Jäger, doch glaube ich, haben wir gern gesehen, dass wir einfach mithelfen, artenreiche Landschaft zu haben. Und im Landkreis Ansbach ist wohl derzeit eine Art mehr als gewöhnlich unterwegs, das Sika-Wild. Ob sich das allerdings nochmal sichten lässt, ist ungewiss. Was ich weiß, ist der aktuelle Stand, dass sie nicht mehr gesichtet worden sind in den letzten Wochen, aber auch nicht erlegt worden. Das heißt, sie müssen noch irgendwo sein, vermehrt im südlichen Landkreis Ansbach. Aber ich denke, wir Jäger halten ja auch immer die Augen auf und schauen in unseren Revieren, was sich da tut. Vielleicht ist das Sika-Wild auch schon weiter gewandert. Das ist bei den Tieren laut Hubert Bodechtl nicht ungewöhnlich. Sein Revier behält er in Zukunft trotzdem genauestens im Auge.